Hallo Kackbratzen! Show yourself! Our new ruler, the Emperor! Wenn ihr dachtet, ihr hättet schon alle verrückten Survival-Horrorspiele gesehen, dann habt ihr vermutlich nicht die Rechnung mit der Dreamcast gemacht. Denn 1999 wurde auf dieser grandios gescheiterten Konsole das wohl lächerlichste Horrorspiel veröffentlicht, das man ihr für Geld kaufen konnte. Meine Damen und Herren Kackbratzen, einen großen Applaus für Bluestinger, das ultimative Horrorspiel, das ihr vermutlich nie gespielt habt. Spötter behaupten, dass dies eines der gruseligsten Spiele für die Dreamcast ist, aber nicht, weil der Horror euch den Arsch auf Grundheiß gehen lässt. Es ist das Gameplay und vor allem vielleicht die absurde Story und die grandios schlechte Sprachausgabe, die dieses Spiel auszeichnen. Auf der anderen Seite ist Bluestinger auch so absolut liebenswert, dass man es unbedingt mal erlebt haben sollte. Zwar gibt es viele Horrorspiele, die in unterschiedlichem Maße erfolgreich waren, entweder weil sie gruselig sind oder weil sie wenigstens gut gemacht wurden. Aber keines scheitert ganz so spektakulär wie Bluestinger. Am nächsten an die Absurdität kommt wahrscheinlich Deep Fear Heron oder dessen Pseudo-Nachfolger Il Bleed. Verantwortlich für diese Horrorkomödie war das japanische Entwicklerstudio Climax Graphics, die sich später in Crazy Games umtauften. Trotz all dem Spot, den man wirklich nicht verdient hat, gab es zudem ein tragisches Ereignis. Denn fünf Jahre nach dem Release von Bluestinger verstarb der Produzent Shinya Nishigaki mit 42 Jahren allzu früh an den Folgen eines Herzinfarkts, was vermutlich der japanischen Arbeitskultur geschuldet ist. Im Falle, dass ihr selbst Hand anlegen wollt, muss ich euch allerdings warnen, denn die Story von Bluestinger ist eine absolute Lachnummer. Was ich lustig finde ist, dass sich das Spiel fast bewusst zu sein scheint, dass die Geschichte dumm ist, da wichtige Handlungspunkte nie erklärt werden und die Charaktere wirklich so viele schreckliche Witze machen, dass man beinahe den Eindruck hat, dass den Autoren auch schon wirklich alles scheißegal war. Activision hat damals versucht, im Westen diesen Titel als eine Art filmisches Erlebnis zu vermarkten und tatsächlich gibt es tonnenweise Filmchen im Spiel. Die filmreife Shitshow beginnt schon mit dem Intro. Wir werden Zeuge, wie vor etwa 65 Millionen Jahren ein Asteroid auf die Erde zustürzte. Und wie wir wissen, hatte dieser astronomische Kieselstein die Auslöschung aller Dinos zur Folge. Alle Dinos? Wir springen nun ins 21. Jahrhundert und zwar genau an die Stelle, wo vor langer, langer Zeit der Asteroid eingeschlagen ist. Dort, wo man ein Loch erwartet, hat sich im Laufe der Zeit eine kleine Insel gebildet, der man einen passenden Namen verpasst hat. Dinosaurier-Insel. Kurz danach springen wir wieder in den Weltraum, wo wir Zeuge eines weiteren Asteroiden werden, der ebenfalls der Erde einen Besuch abstatten möchte. Wird die Menschheit ein ähnliches Schicksal erleiden wie die Dinosaurier? Werden wir lebendig dieses Spiel überleben? Fragen über Frage. Hey Tim. Was ist denn, Elliot? Warum glaubst du, Kameratech zu einem großen Forschungslager auf einer kleinen Isle? Die größte Enttäuschung überhaupt ist, dass sich die Insel zwar Dinosaurier-Insel nennt, aber man diese riesigen Eidechsen womöglich vergebens sucht. Der Spieler schlüpft nun in die Rolle von Elliot, der eigentlich auf der besagten Insel Urlaub machen wollte. Leider hatte ein Asteroid komplett andere Pläne und schlug wie auch schon sein großer Bruder auf der Insel ein und schuf eine Kuppel über dem Eiland. Es dauert auch nicht lange und das Emergency Sea Evacuation and Rescue Squad erreicht den Unfallort, also eine Seenotrettungseinheit, bei der zufälligerweise auch unser Titelheld arbeitet, um mal nachzusehen, ob es noch Überlebende gibt. Unser Held wird von einem sehr seltsamen Typen namens Doc gerettet. Seine Witze treffen härter als seine Armbrust und er liebt seine kurzen Jeanshosen, außer wenn er ein Dampfbad nimmt. Abgesehen von der Sprache unterscheidet sich die japanische Version eklatant von der Version, die bei uns im Westen veröffentlicht wurde. Im Original gab es die für Survival-Horror-Spiele gewohnten festen Kamerawinkel. Die waren eigentlich sehr gut, da sie dem Spiel viel mehr Dramatik einhauchten. Da man sich aber im Westen darüber beschwerte, ließ Activision das Kamerasystem komplett ändern. Aus der grandiosen Idee, ein absolut dummes Problem aus der Welt zu schaffen, erzeugte man sogar noch mehr Probleme. Mit dem Versuch, einen spielbaren Film zu erschaffen, ging Climax mit der japanischen Version des Spiels vielleicht etwas zu weit und füllte den Titel mit dramatischen Kamerawinkeln. Da aber die Kamera in bestimmten Winkeln fixiert war, musste man den Charakter oft in eine bestimmte Richtung bewegen, damit sich die Perspektive ändert. Es gab keine Möglichkeit, die Kamera selbst anzupassen, um vielleicht einen besseren Blick auf bestimmte Hotspots zu erhaschen, was zugegebenermaßen etwas Frust bereitete. Noch frustreicher war es, wenn man versuchte, die Figur in eine bestimmte Richtung zu bewegen, in der die Kamera allerdings nur widerwillig folgte. Activision sah das Problem und kam auf eine radikale Lösung. Anstatt der festen Kamerawinkel gab es nun eine dynamische Hinter-dem-Rücken-Ansicht, wie man sie aus den typischen Action-Adventure-Spielen herkennt. Rein theoretisch ist dieser Blick aufs Spiel besser gelungen, da die japanische Variante Ausschnitte des Level nicht zeigte und man somit keinen guten Überblick auf das Geschehen hatte. Leider gab es da nur ein kleines Problem. Die neue Kamera war vielleicht großartig, wenn sich der Spieler in größeren und offenen Bereichen bewegte, wenn man aber durch engere Gänge und Räume laufen musste, dann bekam die Kamera einen Schluckhauf und wusste manchmal nicht so ganz, wo sie hin sollte. Und dummerweise gibt es im Spiel auch sehr, sehr viele enge Räume. Man konnte das Problem lösen, indem man sich so weit wie möglich von einer Mauer positionierte, damit die Kamera nicht plötzlich einen epileptischen Anfall bekommt. Auch wenn die Idee von Activision dem Spieler einen Haufen Schmerzen ersparen wollte, war die technische Umsetzung leider nicht so optimal. Und leider ging mit der Kamera auch komplett die beklemmende Atmosphäre verloren, womit Bluestinger mehr zu einem Action-Spiel mutierte, womit man dann massiv Anspannung und Dramatik verloren hat. Wo wir gerade bei Dramatik sind. Bluestinger macht es einem schwer, die Story mit voller Ernsthaftigkeit zu folgen und Schuld daran sind die Dialoge im Spiel. Sobald ein Charakter seinen Mund aufmacht, wird auch der letzte Hauch von Horror im Klo runtergespült. Activision hätte wirklich mehr Geld für die Synchro ausgeben müssen, denn die ohnehin schon absurden Dialoge werden durch die Sprachausgabe nur noch schlimmer. Wir sind ja, was verbalen Brechdurchfall angeht, schon vieles gewohnt. Aber dieses Spiel bringt alles auf bisher unerforschte Höhen. Nach Bluestinger gehen einem auch noch die schlechtesten Dialoge aus Resident Evil runter wie Öl. Aber erstmal genug zur Präsentation. Hat man sich erstmal an die Kamera gewöhnt, wird man feststellen, dass Bluestinger im Prinzip nicht mal so kacke ist, wie es manche einem weismachen wollten. An erster Stelle stehen die sehr, sehr tiefgründigen Rätsel des Spiels. Es gibt insgesamt acht Hauptspielbereiche und es ist jedes Mal ein komplizierter Prozess, sich durch jeden davon zu kämpfen, vor allem weil nichts direkt zu funktionieren scheint. Unter der Anleitung von Janine, der wohl einzigen Person, die sich die Mühe gemacht hat, sich das Drehbuch durchzulesen, werden Elliot und Dox feststellen, dass sie überall auf der Insel mit Mutanten zu kämpfen haben. Darüber hinaus gibt es noch mit Nephilim einen kleinen Geist, der eindeutig mit den Ereignissen verbunden ist. Nephilim beschert Elliot seltsame Visionen, aber ansonsten verbringt sie ihre Zeit damit nutzlos in der Gegend herumzuschweben, durch Wände zu fliegen und blau zu leuchten. Das Hauptziel des Spiels besteht normalerweise darin, erstmal in ein bestimmtes Gebiet zu gelangen oder einen bestimmten Gegenstand zu finden. Allerdings hilft einem die Karte meist nicht viel weiter und man wird sich manchmal hoffnungslos verlaufen. Am besten druckt man sich eine Komplettlösung aus dem Internet aus, denn ohne wird man vielleicht schneller voller Wut den Controller an die Wand schmeißen, als es einem lieb ist. Erschwerend kommt hinzu, dass bestimmte Bereiche eine Menge Gefahren mit sich bringen. Diese Hindernisse sind jetzt nicht wirklich kompliziert zu überwinden, kosten aber manchmal Zeit und Geduld. Schuld daran ist die schreckliche Kamera. Die japanische Version kontrolliert sich schon wie Arsch, was das Ganze nicht gerade vereinfacht. Die Version für den Westen steuert sich immer noch wie Arsch, dafür aber butterweich. Dies bedeutet, dass man sehr oft an einer Tür kleben bleibt, während die Kamera in einer unkooperativen Position sitzt und dann die Feinde aus einer uneinsehbaren Position euch den gebutterten Arsch dann aufreißen. Man steuert übrigens nicht nur Elliot, sondern auch den äußerst charmanten Doc. Natürlich ändert sich das Gameplay je nachdem, mit welchem Charakter man spielt. Elliot kann mit dem rechten Abzug eine Waffe oder eine Nahkampfwaffe benutzen oder sogar schwimmen. Er ist wahrscheinlich der Charakter, den man am häufigsten verwenden wird. Doc hingegen kann schwerere und meist viel bessere Waffen verwenden, weshalb er die Nummer 1 bei Bosskämpfen ist. Zudem ist Doc der Held im Erdbeerfeld, denn durch das Wechseln von seinem T-Shirt erhält er ein umfassendes Verständnis diverser Kampfkünste wie etwa Karate, Wrestling und Sumo. Meiner Meinung nach ist das eine sehr logische Herangehensweise. Die beiden Charaktere lassen sich im Nu dank des Pausemenüs wechseln, was ziemlich praktisch ist, wenn ein Charakter gerade kurz davor ist, ins Gras zu beißen und man gerade kein Heilmittel in der Hosentasche hat. Auch wenn es im Spiel eine gute Auswahl an Waffen gibt, sollte man lieber mit dem Nahkampf Vorlieb nehmen. Erstens ist er ziemlich gut gelungen und zweitens spart man die für den Bosskampf nötige Munition. Das Einzige, was den Kampf ein wenig versaut, ist das halbherzige und sehr komische automatische Zielsystem. Ist dieses nicht richtig fixiert, wird man sehr oft ins Leere ballern. Noch lästiger als das Zielsystem sind in der Regel alle Abschnitte, in denen man schwimmen muss. Das ist elendig langweilig und verlangsamt das an sich schon langsame Gameplay um ein Vielfaches. Die Feinde von Blue Stingers sind ziemlich interessant. Man behauptet sogar, dass die Dead Space Entwickler sich schamlos am Design der Monster in Blue Stinger bedienten. Die meisten Feinde sind menschlich aussehende Charaktere mit zusätzlichen Gliedmaßen. Tötet man Feinde, führt das dazu, dass aus ihnen Münzen herausspritzen, als wären sie kleine Geysire. Das klingt jetzt komplett so merkwürdig, wie es ist. Denn so fühlt sich das Gameplay eher wie ein x-beliebiger Arcade-Shooter an. Die Münzen können einfach durch Darüberlaufen eingesammelt und später im Spiel gegen Gegenstände eingetauscht werden. Es lassen allerdings nicht alle Feinde Münzen fallen. Alle insektenartige Monster oder Bosse haben leider kein Geld für euch. Dies ist besonders rätselhaft, da die Bosskämpfe in diesem Spiel recht langwierig sind. Und so hätte man sich wirklich auf einen extra Portion Taschengeld gefreut. Beeindruckend ist, dass man die Gliedmaßen und den Kopf mancher Gegners zerstückeln kann, was für ein Dreamcast-Spiel ziemlich cool ist. Es sei denn, man hatte die deutsche Version. Wer genug Geld geschäffelt hat, kann es an den Automaten im Spiel wieder gegen Waffen, Gesundheit und Munition wieder eintauschen. Hier begeht man einen weiteren Fehler. Denn das eigentliche Prinzip der limitierten Munition wird durch den Automaten ad absurdum getrieben, da man sich immer mit genügend Munition und Heilgegenständen eindecken kann. Durch das Greinden von Feinden und Münzen mutiert das Survival-Horror-Spiel dann eher zu einem mittelprächtigen Rollenspiel, was relativ schade ist. Die visuelle Präsentation von Bluestinger ist, sagen wir mal, sehr sehr inkonsistent. Während in viele Designs und Texturen offensichtlich viel Arbeit und Mühe gesteckt wurde, ist der Großteil des Level-Layout eine mittlere Katastrophe. Während sich die Insel gerade in einer Krisensituation befindet und hier und da alles in Trümmern liegt, gibt es aber trotzdem einige Elemente, die aus architektonischer Sicht auch schon vorher keinen Sinn ergaben. Es scheint gerade so, als hätte man einen Eimer-Lego auf den Boden gekippt. Nicht hilfreich sind die Modelle mit offensichtlich bizarren Polygon-Design, bis hin zu wirklich gruseligen, überdehnten Texturen. Manchmal trifft man auf eine Textur mit einer sehr hohen Auflösung und dann bekommt man wieder etwas auf die Netzhaut projiziert, was komplett unscharf ist und man sich fragt, ob man sich nicht besser einen Termin beim Augenarzt machen sollte. Normalerweise läuft das Spiel ganz flüssig, aber wenn der Bildschirm mal wieder voller wird oder die Explosionen zu groß, kommt es aber dann doch vor, dass alles vor sich hin stottert. Das schreckliche Design kommt dann in Zwischensequenzen mit zusätzlich sehr fragwürdigen Animationen voll zur Geltung. Aber egal wo man steht und wohin man schaut, Bluestinger sieht immer merkwürdig aus. Die Kreaturen sehen auf der anderen Seite wieder ganz gut aus und tragen zur Gesamtpräsentation des Spiels bei. Climax Graphics hat für diesen Aspekt des Spiels tatsächlich einen Hollywood-Filmemacher namens Robert Short engagiert. Und das merkt man. Die meisten Kreaturen sehen tatsächlich aus wie Menschen, aus denen Monsterteile herauswachsen und machen insgesamt eine sehr albtraumhafte Figur. Aber die brillantesten Bestien des Spiels sind seine Bosse. Ziemlich gut gelungen ist der Soundtrack. Man hat es wie durch ein Wunder geschafft, hier ein filmreifes Gefühl zu erzeugen. Die Musik ist vollständig orchestriert, aber auch völlig übertrieben. Trotzdem fügt man so dem Spielerlebnis jedoch eine gewisse Dramatik hinzu. Über die Sprachausgabe haben wir ja bereits gesprochen. Bluestinger ist eigentlich eine komplette Katastrophe, aber trotzdem muss man es einfach liebhaben. Eine besondere Erwähnung verdient aber Docs Bauer, der der leuchtende Stern in dieser Shit-Show ist. Doc wird die meiste Zeit damit verbringen, wie ein Seemann zu fluchen und schlechte Witze zu machen. Außerdem besteht er auch in den bemerkenswert dümmsten Momenten darauf ein Bad zu nehmen. Selbstverständlich Splitterfaser nackt. Sobald man das Spiel mal durch hat, kann man ein paar lustige Dinge freischalten, wie zum Beispiel unbegrenzte Munition oder Waffen mit einer höheren Feuerrate. Und natürlich darf man auch nicht den phänomenalen Badehosen-Modus vergessen. Das erste Durchspielen dauert ohne Anleitung zwischen 8 und 10 Stunden. Man hat also eine Menge zu tun, sofern einem mit der Zeit nicht das Blut aus Augen und Ohren läuft. Die Story des Spiels ist bemerkenswert albern und scheut auch nicht vor extrem bizarren Wendungen zurück. Wäre Bluestinger ein Film, wäre es der typische beschissene Popcorn-Blockbuster, gleich hinter Sharknado. Aber leider ist es ein Spiel mit einer komplett grottigen Kamera und einer Sprachausgabe, die so schön ins Ohr geht, wie drei Pfund Nägel. Aber seltsamerweise ist es trotzdem rein von Gameplay her ein sehr anständiges Spiel, mit sehr anständigen Rätseln und einem soliden Kampfsystem. Sofern die Kamera mitspielt. Bluestinger ist ein Monster, das man unbedingt gespielt haben muss. Es war der klägliche Versuch, einem Resident Evil etwas entgegenzusetzen, aber am Ende blieb davon nicht mehr viel übrig. Es ist ein Kultspiel, nicht weil es gut ist, sondern weil es eben so verdammt mies ist. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala , sieh so viel